Zum 13. Mal hat das Kulturreferat Bad Urach altes Spielzeug gesucht und gefunden. Bei der Ausstellung im Stadtmuseum finden sich Schätze, die viel zu lange auf den Dachböden und in den Kellern vergraben waren. Ungefähr 200 dieser Fundstücke stellt das Museum aus. Mit jedem einzelnen der Ausstellungsstücke möchten die Veranstalter das Kind im Manne und in der Frau wecken. Noch bis zum 28. Januar steht die Ausstellung für alle Spielkinder und Junggebliebenen bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017